ja hallo zusammen schöne grüße vom hochgrad es ist der berg hinter uns wir grüßen von unserer ersten etappe heute wir sind am staufen haus sind den hit ist auch losgelaufen wir haben ein super panorama genießen jetzt noch den sonnenuntergang vielleicht einen kurzen schwenk machen so leider hat man heute nicht immer so schönes wetter beim laufen was die ganze zeit trocken aber ziemlich neblig sovon genießen wir jetzt gerade die sonnenstrahlen bereiten uns aber auch schon ein bisschen auf die morgige etappe vor vom staufen haus in richtung kunzesried wäre vielleicht schon mittags stein über gestülpen die tour mal gelaufen ist die laufen wir quasi rückwärts noch ein bisschen verlängert wir melden uns dann morgen auch wieder erzählen von der etappe ja